Ich bin Moritz, ich komme aus dem Liechtenstein, ich bin fürchtlich ausgebildeter Gagschreiber. Ich habe schon ganz früh die Landesmeisterschaft im Losten gewonnen. Klar, im Liechtenstein Landesmeister werden nicht so schwierig, weil recht wenig Leute sind. Ich bin in diversen Sportarten Landesmeister geworden. Schuessen, Skifahren, 1000 Meter Lauf, Schiessen. Und es wäre nicht so gewesen, dass ich mega fit gewesen wäre. Also, mehr fit als jetzt. Und ich als Neujahriger auch wirklich weniger gekrocht und gesoffen. Aber ja, ich habe jetzt nicht viel trainiert. Ich bin einfach herangegangen und habe dann irgendwann auch gewonnen. Ich meine, unvergesslich meinen Sieg beim Skifahren. Wir waren drei Leute, die gestartet sind. Ich habe gewonnen. Der, der Zweiter war, ist einfach noch nicht lange auf der Ski gestanden. Und der Dritte ist mit dem Snowboard gekommen. Wohlgemerkt mit einer Softbindung. Aber darum bin ich jetzt da, an der Talent Stage. Zu mir mit der besten Messe. Und mal schauen, wer gewinnt. Ich. Ich bin als Wirtschaftsflüchtling, da hergekommen in die Schweiz. Nicht klassischer Wirtschaftsflüchtling. Bei mir ist es wie so, anders da rum. Ich habe einfach schon immer mal in einem Land leben wollen, wo ärmer ist, wie ein Lichter stehen. Und aus der Sicht vom Lichter stehen ist die Schweiz wirklich sehr, sehr arm. Meine Flucht, spektakulär. Ich bin im Busbauhafen dort gestanden. Louis Vuitton Koffer und habe dann entscheiden müssen, mit welchen von den drei Linien Busse ich dann in die Schweiz flüchten will. Ich bin dann schlussendlich geklafen, weil da ist schon die Schweiz gewesen. Ich habe dann relativ schnell lernen müssen, dass ich Ausländer bin. Ich meine, man hört es. Ich rede anders. Ich rede wie so ein Bündner, der so die Freude am Leben verloren hat. Ich bin... Ja, keine Ahnung. Die Bündner sind so... Wie so mystisch, komisch drauf. Es klingt immer so, als ob sie dir so eine Geistergeschichte erzählen wollen. Es hat überall so mega viele Nebel. Und es klingt auch so, als ob sie dir so Mineralwasser verkaufen würden, aus ihrem Namen Grund. Und so tropft das Wasser ab seit Generationen. Ich rede nicht so. Ich rede cooler. Ich bin nach Zürich gekommen und habe mich eigentlich direkt an der Uni eingeschrieben. Ich habe Jura gestudiert. Mir hat man gesagt, Moritz, Jura, Jura ist gut, Jura ist interessant. Und es ist wirklich interessant gewesen. Ich meine, ihr nicht gewusst, dass im Kanton Jura nur 73'000 Leute leben. Und man nennt sie Jurasien. Und da gibt es einen saucoolen Park. Nämlich den Jurasienpark. Ich bin auch wegen der Liebe hier in die Schweiz gekommen. Weil, wie gesagt, im Licht stehen wenig Leute. Und um die richtige Partnerin zu finden, ist schwierig. Ich meine, irgendwie kennen sich alle. Und alle, die mich kennen, wollen nicht mit mir bumsen. Sie werden nicht mit mir bumsen. Aber ich habe mich mal gerne verliebt gehabt. Die grosse Liebe von meinem Leben. Ich kann es beschreiben. Wir haben uns so lange schon gekannt gehabt. Und wir sind auch aus dem gleichen Dorf gekommen. Es war sehr hübsch, dass ich jetzt ausgesehen habe, wie ich, einfach so als Frau. Und dann hat sich aber das Gesetz geändert, dass man nicht die Agenschwester heiraten darf. Und darum bin ich jetzt da. Und nutze vielleicht gleich die Möglichkeit, da an der Talent Stage, um vielleicht die Richtung zu finden, wenn also du, ja, genau du, schon immer mal mit einem fünften Landesmeister, mit einem dicken Jurastudium im Sack, wo Familie wirklich wichtig ist, wenn du mit zwei Mal schon immer mal schmuse hast wollen, dann melde dich. Meine Homepage ist www.was hast du schon erlebt, du huren Bananen, Punktli. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich auf deine Nachricht.